Guten Morgen! Es ist Anfang April, den Frühlingstagen konnte man bis jetzt wirklich einer Hand abzählen. Die Kulturen sind eigentlich viel später dran als letztes Jahr. Unser japanischer Riesenbaum z.B. hat noch nicht einmal angefangen zu blühen. Und das ist natürlich nicht eine besonders angenehme Situation für Gärtner, die lieber frühe Kulturen haben. Für all die, die aber ein bisschen später dran sind, vielleicht weil sie zusammen zu spät bestellt haben, ist es natürlich eine Chance. An diesem Wochenende sind die Wetterhervorsagen sehr schön. Wir erreichen fast 20 Grad in ein paar Tagen. Das Wetter wird schön, die Erde ist im Moment sehr feucht. Und das sind natürlich ideale Bedingungen, um die Verspätung noch ein bisschen aufzuholen. Jetzt sind gerne die letzten Tage zum Erbschen und Kriffen sahen. Das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das noch aufzuholen. Am besten tut man es relativ tief sahen. Also das sind etwa 5 cm in der Erde. All 2-3 cm sahen man zusammen in der Reihe. Und das bei einem Reihenabstand von vielleicht 30-40 cm. Also nützen Sie die Gelegenheit noch, damit Sie dann ab Mitte Mai, Anfang Juni, schon die ersten Erbschen und Kriffen ernten können und richtige Ernte einfahren. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ganz viel Erfolg.